Hallihallo, du lieber Löwe, herzlich willkommen hier jetzt im Mai und wir schauen in diesem Reading mit dem Rat der Hohe Priesterin, was da jetzt für dich im Mai zu erkennen, zu tun, angestoßen ist, was dir das Universum hier einfach für Tipps und Tricks an die Hand geben möchte, um für dich mehr Freude, Freiheit, Fülle, Bewegung, Datendrang, alles, was du dir halt so vorstellst, was Spaß und Freude macht, im Leben zu erfahren oder wie du dich halt einfach aus vielleicht auch Schwierigkeiten oder schwierigen Umständen herauswindest. Was ich ganz, ganz schön finde ist, das sind jetzt die Rückblätter, die siehst du jetzt hier in der Aufnahme wahrscheinlich nicht, das ist rucksacklos von meinen Karten hier, die ich dann am Schluss vorlesen werde und loslassen. Das heißt, bei dir geht es jetzt um einen Umbruch und das sehen wir hier schon mit dem Turm hier tatsächlich, um eine tiefe Trennung in dir, eine Maßenergie, die noch mit Konfliktzorn, Zurückhaltung, was auch immer, also dieses Zurückfinden ins Leben, Wut wäre jetzt eine Form, die dich ja auch nach vorne katapultiert, die wieder die Feuerkraft in dir erweckt, wo die Feuerkraft in dir erwacht, wo du beginnst, einfach vielleicht auch alte Puzzlesteine, die du nicht mehr brauchst, aus dem Weg zu räumen, die dir gedient haben für irgendwas auch. Und hier haben wir tatsächlich diesen Umbruch, wir haben den Turm hier drinnen, der aber nicht schwer sein muss. Wir haben hier im unterbewussten Bereich, ich switche jetzt hier bei dir ein bisschen, was wichtig ist, haben wir hier so ein bisschen diese Schwere bei der Transformation. Das heißt, irgendein Anteil von dir hat hier scheinbar das Gefühl, dass Transformation, dass dieses Ausbrechen aus Krusten, Ausbrechen aus einem alten Panzer kam jetzt, aus einer alten Haut, dass das etwas Anstrengendes sein muss, so kommt das jetzt gerade. Wir haben hier die Seile, beziehungsweise die, oh, jetzt fällt mir das nicht ein, die Ruten, die Peitschen, also ich sage jetzt einfach das Seil hier an der Transformation, die Transformation im unbewussten Bereich, aber volle auf der Lichtseite, im Kreislauf des Lebens quasi, und dann einfach so die Stricke, die so ein bisschen das Ganze hemmen im unterbewussten Bereich. Was passiert, wenn man das als einen freudvollen Prozess sieht, der gar nichts mit Arbeit oder mit allen diesen Dingen zu tun hat, sondern dass es einfach Leine los quasi. Also einfach, dass das einfach ein natürliches Spiel im Leben ist, so irgendwie kommt das durch, dass da noch ein bisschen ein Anteil kämpft in dir. Wir haben nämlich hier jetzt die kosmische Energiequelle, also was ist hier das Thema jetzt im Moment bei dir, um was geht es, das ist die Transformation, das ist dieser Umbruch, weil auch dieser Turm, der etwas zusammenbrechen lässt, redet von einem Umbruch, von einer Transformation, von etwas, was geschieht, und zwar um dich mit deiner Urenergie, mit deinem Stern, mit deiner Weisheit, mit deinem Sein, mit deiner Erfüllung hier auseinanderzusetzen, dich wieder zusammenzukriegen, aber eben nicht in einer kriegerischen Art und Weise oder in einer kriegerischen Form. Hier geht es um die Lichtkörperaktivierung. Sieh dich so, wie Gott dich sieht. Gott lässt dich nicht beirren in der Liebe der Schöpfung. Du bist genauso perfekt, wie du bist. Und die Makaba ist für mich so einfach dieses Reiseinstrument, wo du weißt, dass alles bedingt zueinander ist. Alles ist irgendwie miteinander verwoben, alles ist miteinander verbunden und an jedem Verbindungspunkt kannst du jederzeit und überall hin, um dir die Dinge anzuschauen, um dich hier selbst auch wieder in der Ganzheit zu finden. So kommt das jetzt. Deinen eigenen Garten bewässern, Ernährung, Körperpflege, Zärtlichkeit und Ruhe. Hier dir einfach den Raum, die Zeit und auch das Gefühl zu geben, was du brauchst, um wirklich in dir anzukommen. Was verschafft dir denn das Gefühl anzukommen? Was verschafft dir denn das Gefühl der Ruhe? Was verschafft dir das Gefühl der Erfüllung? Was verschafft dir das Gefühl, mit dir selbst verbunden zu sein? Was verschafft dir das Gefühl, mit dem Universum verbunden zu sein? Und so weiter und so fort. Also dir die Zeit zu nehmen, wieder zu träumen kommt jetzt auch. Dir die Zeit zu nehmen, ja, was ist dir die Zeit zu nehmen, auch aufzuräumen, aber in einer spielerischen Form, wirklich zu fühlen, was es da braucht, um für dich eine Oase, das ist ein wunderschönes Bild der Ruhe. Aber nicht, weil man nichts tut oder weil nichts ist, sondern weil man hier, hier ist man wie in einem Platz, der einen aufladet, wo man währenddessen die Sterne beobachtet, das Universum beobachtet. Ja, das verursacht bei mir, dieses Bild verursacht bei mir einfach einen sehr schönen, getragenen, geborgenen, entspannenden, einatmenden Zustand. Deinen Garten bewässern, was brauchst du, um dich vielleicht so zu fühlen? Was brauchst du, um da dein Potenzial zu aktivieren, quasi, um dich zu erkennen? Ja, hier kommt jetzt die Erkenntnis, quasi, die Meere von Mintaka, ja, ins Unterbewusstsein Licht bringen. Wie darfst du dich hier selbst wieder beschwingen, ja, was brauchst du, um dich selbst wieder zu beschwingen? Und dann kommt Springe, sag Ja zur Veränderung, einfach geil, ja. Also, lass dich hier spielerisch leicht auf diese Umbrüche ein, ja. Aber sie sind nur Teil von deinem Leben. So. Was kreuzt das Ganze? Was kommt hinzu? Was fördert das Ganze? Hier haben wir die Unterstützung durch Karten, durch Kartenleger, durch Spiritualität, durch deine eigenen Fähigkeiten, durch Orakel, durch die Arbeit mit der Spiritualität, mit deinem Wesen, mit deinem Geist, mit deiner Schöpfung, mit deinem Kanal, mit egal was, ja. Aber vielleicht auch mit anderen, mit Beratern und, und, und. Wo du auch Trost findest, wo du vielleicht auch Sachen leichter nehmen kannst. Trost ist für mich immer sowas in einer schwierigen Situation, was einen, was einen Stützung bringt, was einen Unterstützung bringt, was einem das Gefühl gibt, nicht alleine zu sein, verstanden zu werden, gehalten zu sein, und, und, und. Und, ja, und da ist jetzt ein Teil in dir, also ein Teil zumindest, ja, spirituelles Erwachen, Gott, Engel, aufgestiegene Meister für sich sehen, ja. Wo du jetzt gerade bei einem Umbruch stehst, wo irgendein kleiner Teil, der in der Liebe einen Mangel erlitten hat, ob das jetzt in der Familie war, im Familiensystem, ob das in den Partnerschaften waren, ob das für dich selbst vielleicht, ja, irgendwelche Anteile, oder wo du dich selbst vielleicht noch nicht annehmen kannst, ganz egal, wo dieser eine Anteil, ich werde da noch ein Video hineinstellen, das habe ich heute in der Ruhe-Oase aufgenommen, wo dieser eine Anteil in dir einfach etwas braucht, und der braucht vielleicht Trost, der braucht Zusprache, der braucht vielleicht diese spirituelle, spirituelle heißt für mich einfach, ja, Bewusstheit einfach auch, dass es auch über die Grenzen hinausgeht, dass wir mit allem verbunden sein können, dass wir einfach uns leben, dass wir Schritt für Schritt einfach unser Leben gehen, aber dass es über uns hinaus einfach auch Energiequellen gibt, die wir vielleicht nicht sehen, aber die dennoch da sind, und, 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 einfach so das Leben im ganzen Universum gesehen. Und vielleicht findest du durch diese Zugänge, durch dieses Schauen, okay, was ist da wirklich, in dem du dich da mit dir auseinandersetzt, ja, Bestätigung und Ermächtnis wieder, ja, und auch das Vermächtnis auch deines Familiensystems kam jetzt auch, ja, hier eine Entscheidung zu treffen für dich, vielleicht siehst du den Weg auch nicht, ja, aus einer, jetzt haben wir hier Blumen, die im Regen stehen, ja, und die Blumen, die im Regen stehen, ich nehme es jetzt genau so, wie es da ist, ja, die strecken sich trotzdem nach der Sonne entgegen, weil sie wissen, dass dahinter Sonne ist. Der Regen gibt ihnen das Wasser, was sie brauchen zu wachsen, ja, und vielleicht ist es auch hier diese Entscheidung zu treffen, die du noch nicht getroffen hast, weil du es vielleicht hier noch nicht siehst, dass du hier wirklich die Entscheidung triffst, ja, diesen Regen, der da war, als Wachstumspotenzial für dich wahrzunehmen und zu sehen, um dieser wunderschöne, stabile Baum im Endeffekt, der die Früchte trägt, zu sein und das in dir zu tragen, ja, irgendwie so kam das jetzt, ja, also aus einer Mangelsituation mit der Liebe, mit dem Herzen, dass du daraus entstanden bist bereits schon, weil der Baum ist ja schon da, das ist ja nichts, wo der Baum erst wachsen muss, sondern der ist ja schon da und dass dieser Umbruch vielleicht ist, dass du das wirklich auch in deiner Größe mal wahrnimmst, ja, dass du wirklich auch siehst, was du da vielleicht schon alles geschaffen hast und damit diese Schwere, dieses, boah, es ist alles so anstrengend, was ich noch alles zu machen habe, vielleicht auch damit endet, weil du dann erkennst, dass hier diese Gefühle auf der Erde, die da sind, wenn man sich mit der Erde verbindet, eben gar nicht dieser eingefrorenen Zustand sind, sondern etwas, was auch Erleichterung bringt, wie ein wunderschöner Enzian, der auch in unwegsamen Situationen in seiner Größe schwingt, ja, wie auch immer, das kam jetzt so. Was ist das, was hinzukommt? Weil die Mangelillusion lässt du ja hier los in Bezug auf die Liebe und da kennst du die Liebe in all ihrer Farbenpracht hier an, ja. Und da haben wir jetzt, dass deine Kraft und deine Stärke tatsächlich auch durch ein Vaterthema initiiert wurde oder durch ein, ich kriege den Vater hier jetzt, ja, durch ein Vaterthema initiiert wurde, auch das hier nimmst du dann scheinbar für dich an. Ich kriege jetzt hier weniger den Partner, aber vielleicht gespiegelt wiederum durch Partner, ja. Also Ur-Ur-Vater, könnte jetzt auch die Vaterlinie noch sein, über den Vater übertragen, ja, das kommt auch noch rein. Ja, was dir aber jetzt die Kraft, die Vollendung gibt und hier den Neuanfang, die Veränderung mit den Störfern auch die positive Veränderung bringt, finde ich total spannend, ja. Es ist wunderbar gerade, ah ja, und da haben wir ja den Spiegel und die Ahnen, Schatten und Licht, ja, sich auch in seiner Ganzheit zu erfahren, bedeutet ja mit Schatten und Licht, ja. Und auch hier der Fuchs und auch hier mit dir und mit der Verbindung, mit dem Ring zu dir, dass du dich selber auch in deiner Partnerschaft, in deiner Verbindung zu dir einfach festhältst und in deiner Größe, der Fuchs steht ja auch dafür, dass man erkennt, wie groß man ist, dass man erkennt, wie wunderbar man ist, wie einzigartig man ist, welche Farbrach man in sich trägt und dass man einfach auch die Gerissenheit und den Frohsinn und die Schleue mitbringt, tatsächlich in diesem Facettenreichtum und auch dieser Gezieltheit manchmal, sich als Mensch zu erfahren, ja. Wunder, wunderschön und hier eben getragen ist auch und die Dankbarkeit hier noch spüren darf, ja, auch durch die Kraft der Ahnen und dass da dann einfach auch ein Spiegel bricht, weil der ist hier auf der Lichtseite. Und das, was jetzt der nächste Schritt ist, so gesehen, ja, ist einfach die Sinnhaftigkeit auch darin zu erkennen, einen Ausgleich zu erfahren, also eine Balance zu erfahren und ins Vertrauen hineinzukommen, dass das Vertrauen in dich und dieses, warum jetzt kommt langsam, eines nach vorne wirken, frag mich nicht, aber es kommt, ja, dieses, und ich glaube, das hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun, sondern eher mit Beständigkeit, ja, dieses langsame nach vorne wirken, ganz viel mit Ausgleich zu tun hat, wo du deine Macht erfährst, ja, wo du diesen neuen Zustand einleitest, quasi unter Eisbär bist, der da jetzt Potenzial mit den, wir haben hier überall die Blumen, ja, die Blumen, alles ist so blumig für dich, ja, in den Blumen, auch die Waage mit den Blumen, ja, wenn es einen Schatten gibt für dich, dann gibt es die Lichtseite auch, ja, und dass das einfach in Balance ist für dich und das machst du jetzt im nächsten Schritt, dass du dieses Vertrauen, den Sinn dahinter wieder für dich erkennst und somit aus der Ohnmacht in deine Macht emporsteigst wieder und dich damit verbindest, nämlich auch mit Seelengefährten, mit Gleichgesinnten, mit Themen oder mit Dingen, die dich wirklich tatsächlich beschwingen und du eben diesen Zyklus des Licht- und Schattenkampfes in dir oder wo noch ein Kampf drinnen ist, dass du das jetzt erfährst, als du befreist dich daraus, du gehst aus diesem Zustand jetzt heraus, du stellst dich als die Nummer 1 wieder hin, wenn du dich da einfach nach deiner Loyalität machst, nach deinem Sinn, nach deinem System quasi ausrichtest und dann kommt hier, und da kriege ich jetzt nicht nur den Reiter, sondern hier auch die Partnerschaft, wo etwas vorangebracht wird, wo hier wieder auch Rosen auf dich zukommen, wo hier auch wieder etwas von mehr Liebe spricht, ja, von gefühlten mehr Liebe auch, weil du etwas abgelegt hast, weil du etwas hinter dir lässt, weil du bereit bist für einen neuen Zustand und weil es scheinbar auch wer andere ist, ja, so genau so kommt das, bin ich jetzt sehr gespannt, was da kommen will und wir hatten hier eben noch die Abhängigkeiten, die da drinnen sind, wie so eine schwarze Verletzung, die immer mal wieder durch dich spricht, ja, da kannst du mal schauen, dass du hier jetzt die Bubble Power, ja, deine Wünsche und deine Träume in das Element Luft, in das Leichte abgibst, ja, um nach aller Schwere auch wieder mega geile Leichtigkeit, Erfolg und Fülle für dich im Leben betrachtest, ne, der Ausgleich ist es wert, um für dich beständig weiterzugehen und deine Fülle, deine Schönheit, deine Loyalität für dich selbst zu sehen und eben nicht für eine andere Person und da haben wir das Hellriechen, das Wahrnehmen, dass hier die Kreativität etwas Neues ausprobieren, etwas verfeinern, ja, jemanden zum Essen einladen, Koch, Kunst, Lebensfreude, Leichtigkeit, Glück, positive Wände, Begeisterung, also du lieber Löwe, hol dir deine Balance in dein Leben zurück, das kommt jetzt auch, lass alte Schwere los, indem du den Schlüssel für dich darin findest und diese Transformation nicht mehr als schwer erlebst, sondern nur als Umbruch in deiner Geschichte. So, ich freue mich, wenn du am 28. Mai dabei bist, unten in der Infobox hast du die Daten zum Member-Bereich, logge dich da gerne ein, registriere dich da gerne und klick dann einfach am 28. Mai auch auf den Link, der dann da drinnen ist, ich werde euch aber auch noch ein E-Mail schicken, wo ihr dann dabei sein könnt, wo es wirklich darum geht, Brücken zu schlagen, ja, wo es darum geht, sich aufzufühlen, ja, wieder voller Freude, seine Schritte, seine Lebensschritte zu wagen und sich auch wieder zu spüren und zwar im ganzen Sinn, ja, dass wir nicht mehr so Teilbereiche, sondern im Ganzen, dass wir wieder unser Theaterstück Leben selbst bespielen und lernen, wie es ist, die einen, die Anteile in uns auch als Anteile zu sehen und nicht immer das Ganze quasi und dann in diese schwere, leichte, schwere, leichte hineinrutschen, sondern, ja, einfach ganz mit unserem System umgehen, aber das so fühle, wie man das macht und wie das geht und, na, dann seht ihr auch, wie diese Leichtigkeit einsetzt und was das jetzt wirklich alles damit zu tun hat, ja, und Brücken schlagen über die Welten und, 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 machen wir dann am 28. Mai, freue ich mich schon sehr. Also, bis dann, du lieber Löwe, du bist einfach mehr, nimm dich an in deiner Fülle. Bis dann, Papa.